Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kamera Obscura. Kommt der denn schon wieder her? Ja, wir sind hier im Prinzip alles noch in der selben Aufnahme. Also, falls ihr mir irgendwie kommentiert habt oder so. Ja, das ist ein Wort, das steht auch so total nicht im Duden. Das ist ein Copyright drauf, habe ich mir gerade einfallen lassen. Äh... ...und anders gehen. Oder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich es richtig gemacht haben könnte. Okay. Ähm... Nöööön! So, ähm... ja kommentierte datiert das ist manchmal echten timing gefragt geschafft endlich also man muss fairerweise auch sagen ist es total schwierig und foto ach zu schande jetzt schon wieder so ein mist keine ahnung was ich machen muss durch eingeht ok diesmal ist es anders ich nein glaube ich von vorne anfangen ist okay also müssen dafür sorgen dass der da nicht stirbt weil der schaltet uns den eingang frei ist stirbt der forst das die 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 ... hundertsten Mal. Nach dem hundertsten Fail. So. Aber wir haben es bisher immer hingekriegt. Oh Gott. Okay. Kleiner Bob... der kleine Blob... der kleine Bob möchte von... Okay, kann ich hier... Cool, wir können Manuello resetten. Schön. Der kleine Bob möchte aus seinem Kindergarten abgeholt werden. Ich habe ihn getötet, ne? Nee. Ich habe ihn getötet, ne? Ah! Komm, Bob. Konzentratione. Bob, der Blob. Also nicht rumhampeln, einfach rummachen. Warten. Einfach nur warten. Ich bin hier zwar hoch und runter springen, aber wir dürfen kein Bild machen. Los, komm, Bob! Bob! Du bist unser Held! Ja! ganz schön. Wir mießen doubt Casper Carina! Wie ist das? Originally wird ein Paket für Armen flopiert? Wir müssen einen Kno Musik Äh, das war ein bisschen zu weit, so Okay, das muss irgendwie Ja Okay, wir müssen aufpassen, der darf nicht sterben Er darf nicht sterben, klatsch Ja, das geht, also das ist machbar Es ist definitiv machbar Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt muss ich nur noch gucken, wie das machbar ist. Ist es quasi so? Das ist klar. Dann muss ich... Okay. Das war dumm. Okay, 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 okay... Das ist... Okay, okay. Sollte auch das Springen nicht vergessen, dann klappt das auch. So. Also, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Also, ich muss hier, klar, den muss ich hier rauf. Also, es geht, es ist nicht. Also, am besten einen Abdruck machen, wenn sie an der Block nicht da ist, dann geht das besser. Also, man muss ehrlich sagen, meine Sache ärgert mich an diesem Spiel. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen träger. Aber ansonsten ist das Spiel echt cool. So. So? Ach, du Schande. Okay, ich verstehe. Man muss im richtigen Moment das richtige Foto machen. Dann kommt man da hoch. Und der Rest ist Timing. Oh, geschafft! Man wird in dieser Folge wirklich nur das eine Level geschafft. Ach du Schande. Ja gut, ich würde sagen, das war es zum einen für diese Folge, zum anderen auch für diese Aufnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir spielen das nächste Mal weiter und... Ich kann mich wirklich nur von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz besonders ist mir natürlich wichtig, dass genau du da bist. Vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.